Wir kommunizieren nämlich schon seit Jahrtausenden über unseren Körper. Das heißt, wir nehmen Status ein und was noch wichtiger ist, wir weisen Status zu. Je nachdem, wie ich mich verhalte. Das ist zum Beispiel eine ganz interessante Stelle im Coaching. Welchen Status weist mir eigentlich mein Klient zu? Alleine in der Art und Weise, wie er sich bewegt und wie er sich hinsetzt. Und ich arbeite viel mit großen Firmen zusammen, die mich immer anrufen und sagen, Mensch, können Sie mir nicht mal einen Code schicken und so, aber wir brauchen einen auf Augenhöhe. Und genau das meinen die dann. Die brauchen keinen, der genauso groß ist im körperlichen Sinne, sondern die brauchen jemanden, der dieses Statusspiel kann. Das heißt, der in der Lage ist, einen Status einzunehmen, um von dem anderen als gleichwertig oder sogar als höherrangig angesehen zu werden. Das ist gar nicht so einfach. So bei so einem Vorstandsvorsitzenden müsste man eigentlich Frau Merkel schicken. Und selbst da, wenn man mal sieht, wenn es so Gespräche zwischen Wirtschaft und Politik geht, die Politiker haben ganz schön zu kämpfen, um in so eine Statusposition zu kommen. Und dann greift man auch schon mal zu den Mitteln, eine Doktorarbeit zu schreiben, damit das dann nach oben geht. Wir erkennen Autoritätspersonen über Status. Man sieht vom Weiten in einer Gruppe, wer den höchsten Status hat. Und wir anerkennen Status mit bestimmten Art und Weisen, wie wir uns Menschen gegenüber verhalten. Oder wir aberkennen ihnen diesen Status. Und das Vertragte daran ist, dass es nicht kommunizierbar ist. Man würde auf einer Party, wo man im Status gesenkt wird, würde man jetzt jemanden nicht ansprechen und sagen, hören Sie mal, Sie haben mich gerade im Status gesenkt. Oder in einer Talkshow wird das nicht passieren. Das heißt, das wird nicht offengelegt, sondern man muss in einer anderen Art und Weise versuchen, quasi diese Beziehung wieder zu reparieren. Weil über Status wird Macht ausgeübt oder wir sind verführbar, wenn wir uns Status hingeben. Wir haben Einfluss oder wir erlauben Einfluss. Status ist keine festgeschriebene Charaktereigenschaft. Also der oder die hat Status 85 Prozent, sondern Status bedeutet, flexibel zu sein, entweder down zu gehen oder abzugehen. Das heißt, ich kann mich durchaus auch unterordnen im Status. Ich kann auch durchaus sagen, machen Sie mal oder gehen Sie doch vor. Also ich muss nicht, es sei denn, ich habe ein Ego-Problem, ich muss nicht die ganze Zeit Status up sein, sondern ich bin flexibel darin. Besonders wichtig für Beziehungen, man erkennt gute Beziehungen daran, dass das Paar mit Status spielen kann. Dass einmal sie oben ist und einmal er. So eine Szene morgens, beide wachen auf und sie sagt zu ihm, hör mal du, das ist schon sieben, stell mal auf, du fauler Sack. Also sie, Status hoch und dann sagt er, ja, mache ich, aber hol mir mal eben die Zeitung. Dann hat es sich schon wieder umgedreht. Sie holt die Zeitung, legt die hin und sagt zu ihm, ja, wenn ich dir schon die Zeitung hole, dann mach mal zwei Kaffee. Klar, mein Schatz, sie, mache ich. So geht das also mit dem Statusspiel hin und her und daran kann man sehen, ob das gesunde Beziehungen sind.